Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Wolle und Handarbeit. Heute möchte ich euch die Quickstep Wolle, die Color, Quickstep Color präsentieren. Ich habe hier leider nur zwei Faden, es gibt aber viel mehr. Die kannst du finden ab 2,80 Euro, eigentlich auch billiger, wenn es im Angebot ist und auf bestimmter Seite findest du auch billiger. Der Verkaufspreis, ein volles Verkaufspreis ist bei 2,80 Euro und die ist eine schnelle Strickwolle, eine dicke mit Nadelstärke 6 oder 7. Du kannst damit Mütze, das ist ein super, wie soll ich sagen, wenn du tolle Mütze haben magst und schnell stricken willst, das ist die Wolle, die du benutzen kannst, statt die teure beim Boschi oder andere, die 30% Wolle haben und der hat 25% Wolle. Das heißt, für die 5% Wolle zahlst du bei den anderen viel, viel mehr. So, die Farben, das gefällt mir am besten, das werde ich heute benutzen. Und ich mache aber keine Mütze, ich mache was anderes und jetzt gehen wir es an. So, ich benutze eine 10er Häkelnadel und ich mache 60 Luftmaschen. So, ich habe jetzt meine 60 Maschen gemacht. Bitte aufpassen, nicht zu eng machen, weil nachher kannst du nicht mehr mit der Nadel zurück und du musst mit der Nadel wieder reinstecken. und dann musst du schauen, dass deine Kettmasche, deine Luftmasche, Kette gerade ist und dann in die erste eine Kettmasche machen. Jetzt machst du 1, 2, 3 zu steigen und wir arbeiten in jedem Stäbchen. Also, ich mache jetzt Mes estão eineière Karvua, Gonna Hausch. Und dann werden wir auch noch ein paar Mal öfters nach Anybody. Und dann wird das wieder mal ein paar Mal öfter dencoolen und dann bleibt noch mehr. Und dann werden sieport지�an DIY оргbank am besten. Und dann bitte schön, dass wir die Kettmasche machen. Und dann kann man ganz schön es im Feld mechanismen. Aber dann muss ich dir eigentlich bis zum Wolleid an ein Leben kommen. Und dann willst du Lukaschen. So, meine Lieben, ich habe meine 60 Stäbchen fertig, ich habe von hier, von der letzten 30 zurückgezählt und mir hier einen Maschenmarkierer getan, so, was ich jetzt mache, ich mache hier eine Kettmasche und dann mache ich hier 1, 2, 3 zum Steigen, dann eine Luftmasche und dann ein Stäbchen genau in derselbe Punkt, ich arbeite jetzt mit Faust, da hier kommt, wird die Ecke kommen, später, und ich mache jetzt 1, 2, 3, in die dritte mache ich ein Stäbchen, eine Luftmasche und wieder ein Stäbchen, es ist ein bisschen witzig, so locker zu arbeiten, aber 1, 2, 3, in der dritte kommt ein V, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so machen wir die ganze Reihe und ich hoffe, dass wenn ich gut gerechnet habe, komme ich hier mit ein V, mal schauen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, undksomung. 1, 2, 3 1, 2, 3 Juhu, ich habe gut gerechnet So So, wenn du richtig gemacht hast bis jetzt hast du der V der letzte V und jetzt musst du 1, 2 zählen und in die dritte ist der Rest der V dann in die 1, 2, 3 in die dritte die 3 zum steigen machst du eine Kettmasche bewegst du dich in dieses Loch rein in diese V mit einer Kettmasche und machen wir 1, 2, 3 zum steigen 1 Stäbchen das hast du insgesamt sind 2 Stäbchen oder die 3 zum steigen zählen als 1 Stäbchen dann machst du eine Loopmasche und dann machst du wieder 1 2 Stäbchen dann in der nächste V in das nächste Loch machen wir 3 Stäbchen in der nächste wieder 3 und wir arbeiten so mit 3 Stäbchen in jeder V bis wir hier ankommen wo ich gesagt habe dass die Mitte sein wird und hier machen wir wieder 2 Stäbchen eine Luftmasche und 2 Stäbchen so ich bin gerade da angekommen bei meinem V bei meiner Mitte wo ich noch eine Ecke machen muss und so mache ich Stäbchen Stäbchen das sind 2 eine Loopmasche und wieder ein Stäbchen und jetzt arbeite ich bis am Ende der Reihe 3 Stäbchen in jedes V so die Reihe ist jetzt fertig ich habe jetzt überall 3 Stäbchen gemacht jetzt komme ich hier 1, 2, 3 von steigen mache ich eine Kettmasche und ich bewege mich hier zwischen die 2 Stäbchen und ich mache hier ein V 1, 2, 3 Loopmaschen ups eine für die V und wieder ein Stäbchen hier dazwischen dann mache ich hier bei dieser Loopmasche bei dieser 2 Stäbchen 2 Stäbchen wieder ein V und hier dazwischen auch 1 ein V Stäbchen, Loopmasche und Stäbchen das ist jetzt die Zunahme so wird mein Teil größer und hier in dieser mittleren Stäbchen mache ich ein V so ich springe hier bei dieser 3 Gruppe und in die mittleren Stäbchen mache ich wieder ein V wir arbeiten jetzt bei dieser Reihe in die mittleren Stäbchen ein V und wenn du hier bei die Ecke kommst dann musst du wieder so machen hier zwischen die 2 ein V bei der Loopmasche in der normale Loch ein V und hier dazwischen auch ein V genauso wie wir hier gearbeitet haben so ich bin jetzt wieder bei dem V angekommen bei der Zunahme sozusagen bei der Ecke und jetzt mache ich wieder zwischen die 2 Stäbchen ein V ein V in der normale der normale Platz für die Ecke wieder ein V und hier zwischen die 2 Stäbchen wieder ein V somit wird wird mein Teil größer und jetzt gehe ich weiter und in hier die mittleren Stäbchen arbeite ich wieder ein V so so ich bin am Ende der Reihe angekommen jetzt muss ich hier in die 1, 2, 3 vom Steigen eine Kettmasche machen ich bewege mich hier in dieser 3 zum Steigen dann mache ich 1, 2, 3 zum Steigen und ich arbeite insgesamt 3 Stäbchen und in mein nächstes V da wo die Zunahme ist oder wird dann müssen wir wieder 2 Stäbchen Luftmasche und 2 Stäbchen machen und dann bewege ich mich in mein nächste und da arbeite ich wieder die ganze Reihe 3 Stäbchen in ein V nur halt bei der Ecke mache ich wieder dieselbe und die Wolle geht so schnell weg die ist zu klein ich würde mir wünschen dass unsere Wolle auch so 100 Gramm haben damit man nicht so schnell wieder verknoten muss und Faden verstecken so wir sehen uns am Ende der Reihe also der Runde so ich zeige dir nochmal die Ecke weil ich bin hier bei dieser 3 Vs in der 1. arbeite ich nochmal 3 Stäbchen in der nächste was der mittler wird mache ich 2 Stäbchen Luftmasche 2 Stäbchen 2 Stäbchen und wieder 3 Stäbchen so siehst du wie die Tresor wird hart für die Form annimmt am Ende der Reihe angekommen muss ich mich wieder bei G3 zum Steigen anketten und mich bis hier in die Mitte bewegen in der mittlere weil wir machen jetzt wieder in dieser mittlere die V oder der V so 4 Luftmaschen und ein Stäbchen das ist ein V und meine Rolle ist jetzt fertig jetzt muss ich noch eine verknöten wie gesagt schade dass die zu schnell fertig sind und dass man immer wieder knoten muss wenn die wollen nicht nur die halt alle 100 Gramm hätten dann hätte man viel weniger Knoten und Naden vernähen und 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 so jetzt bin ich wieder bei meiner Ecke angekommen und jetzt mache ich wieder hier zwischen die zwei Stäbchen ein V in dieses normale V halt ein V und jetzt dazwischen wieder ein V das ist die Zunahme so wächst unser Teil mit jeder Reihe und jetzt natürlich wo die drei sind in die mittlere diese Reihen diese zwei Reihen musst du immer wieder benutzen und wiederholen die Ecke der normale V Stäbchen Luftmaschen Stäbchen eine Reihe und die zweite Reihe immer drei Stäbchen in der V nur halt die Ecke muss so gemacht werden und die würde ich sagen wiederholen wir die zwei Reihen noch viermal so jetzt bin ich wieder ich habe gesagt ich mache ja dreimal die Muster wiederholen ich habe jetzt insgesamt 13 Reihen das heißt ich habe diese Muster von V und 3 in jeder Reihe fünfmal wiederholt von Anfang an halt und so könnte das als ein normales Frontschuh ausschauen ich mag es aber nicht so ich tue es einmal so ausbreiten und so wird unser Teil sein ich habe übrigens das vierte Knau angefangen und da ich hier angekommen bin das passt mir ganz gut weil hier bin ich mit der Reihe fertig geworden dann mache ich hier eins zwei drei zum steigen und der Wau der Luftmasche für die Wau diesen Wau jetzt das Stäbchen und ich zähle hier von meiner Ecke ich lege es aufeinander und ich zähle wie viele Dreiergruppe ich habe halt die Ecke und dann eins zwei drei vier und in die fünfte in dieser fünfte Gruppe muss ich jetzt in die Mitte wieder ein V machen so schaut aus hier wird ein Ärmer ein Arm rauskommen das wird die Ärmel sein so und damit ich das nicht vergesse ich drehe mir auf die andere Seite werde ich mir eine Maschen markiert werden so das ist meine Spitze und da habe ich eins zwei drei vier und in dieser fünfte genau in die Mitte lege ich mir einen Maschen markier ich habe so einen voller rest von meiner decke meine bunte decke gefunden so das passt das ist jetzt gemacht und jetzt muss ich wieder mit meiner faust normal arbeiten es wird keine zunahme mehr gemacht es bleibt so wie es ist ich habe vorher gezählt ich habe vorne und hinten acht neun gruppen das heißt ich muss neun faust vorne machen und neun hinten so eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun ach sieben zehn zehn und hier es wird eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und elf das heißt ich habe hier diese diese habe ich nicht gezählt das sind elf vorne elf hinten und das wird jetzt weiter gearbeitet ich mache erstmal die runde mit faust und hier wenn ich hier ankomme dann mache ich auf dieser seite ein v und auf dieser seite auch eins aber dann zeige ich dir noch so ich bin hier angekommen bei meinen maschen markier jetzt mache ich mein v normal durch eine seite dann drehe ich um und ich mache den anderen Bau so Stäbchen Luftmasche und Stäbchen und jetzt arbeite ich weiter normal v bis ich hier ankomme und hier mache ich eine Kettmasche ich mache jetzt meine Kettmasche ich bewege mich in den v rein und ich mache die drei Stäbchen drei zum steigen dann die die anderen zwei Stäbchen und und ich werde jetzt weiter arbeiten mit dieser Muster diese zwei Reihen werde ich jetzt wiederholen keine Zunahme und das wird sicher schnell gehen und wir müssen ungefähr so viel machen wie von oben bis hier das heißt zehn fünfmal wiederholen zehn Reihen oder sechs habe ich gesagt sechs die müssen wir hier ein zwei und genauso weiter machen so so meine lieben ich habe jetzt insgesamt vierzehn Reihen gemacht von dieser unterarm oder von dieser Trennung wo ich meinen Oberkörper halt von Unterkörper getrennt habe wo ich die Armlöche gemacht habe ich habe vierzehn Reihe ich habe mit die V Reihe angefangen und ich bin bei dieser mit drei Stäppchen angekommen und ich werde das jetzt so machen die letzte Reihe eine Reihe mit festen Maschen in jeder Reihe der Stäbchen der Vorreihe mache ich eine feste Masche muss aber schauen dass ich nicht zu eng oder zu fest mache weil sonst wird die ganze Bluse zusammengezogen Bluse oder Boncho oder Pulli oder wie auch immer so und hoffentlich reicht mir die Wolle ich muss ja noch hier bei dem unter Arm muss ich auch noch eine Reihe feste Maschen machen und bei dem Hals für unteren Arm beim Arm schaut so aus da merkst du schon wo die Maschen sind hier ist die Masche dazwischen eigentlich das ist der V und da ist ein bisschen anders aber ich kette mich hier an in die erste oder in eine von dieser drei wo man gescheit säen kann oder wo man gut säen kann das ist österreichisch steirisch so und ich mache eine feste Masche hier und die nächste kann ich auch merken und ich mache auch eine feste Masche hier und hier bei dem lange da mache ich zwei feste Maschen hier in der nächste mache ich eins und ich gehe hier durch diese zwei und mache wieder eine feste Masche dann komme ich hier und ich mache wieder eins und mache ich hier wieder eins und ich gehe weiter mit feste Maschen muss ich sagen weil die Vorreihe habe ich ganz locker gearbeitet bei der letzte Reihe so und wenn du hier wieder ankommst wo wir uns angekettet haben oder wo wir angefangen haben dann machst du eine Kettmasche und dann ist der Rand fertig weil ich müsste noch eine anfangen eine volle ich habe bis jetzt sechs gebraucht ich muss noch eine anfangen weil es reicht mir nicht für den anderen Ärmel und für den Hals es ist aber so ich habe es hier ein bisschen länger gemacht wenn du die zwei zwei reihen weglässt dann würde die Wolle reichen sechs genau das sind 300 Gramm ich habe es an mich an probiert und weil ich dick bin sie dennt sich auf die oberweite auf den Brust und dann bleibt kurz und ich wollte sie halt ein bisschen länger haben ich behalte sie eh nicht für mich aber naja wenn ich was an probiere dann mag ich meine Nieren zugedeckt haben und das war jetzt mein Grund wieso ich sie so lang gemacht habe aber du kannst sie auch kürzer machen wenn du es magst danke fürs so meine lieben wie versprochen habe ich meine puppe angezogen meine wüste und so schaut es aus ich mag die farben ich mag wirklich die farben so muss ich noch fotografieren das bild bearbeiten und ich hoffe es gefällt dir mein poncho aus poncho pulli bluse aus quickstep so danke fürs zuschauen bis zum nächstes mal